Hallöle, herzlich willkommen im nächsten Part von Zelda mit eurem Pipipelo. So, wir werden jetzt sofort in den Schrein gehen, es ist soweit. Wir müssen einfach da reingehen. Ich muss... Es ist ne Pflicht, der Schreie. Okay, los, rein damit, rein mit dir. So, was wollte ich denn so sagen? Ich werde heute natürlich einen Aufnahmetag machen. Das ist für euch wahrscheinlich vor zwei Wochen schon gesagt worden. Deswegen macht das keinen Sinn, was ich jetzt sage. Äh, ja. Ähm. Was kann ich denn sagen? 13 Uhr 1. Ich weiß nicht, welche Uhrzeit ich im letzten Part gesagt habe. Oder im vorletzten Part. Aber egal. Ja, bitte sei, was es sich auch schaffen kann. Verdammt der Scheiße. Wie soll ich denn das schaffen? Willkommen Pilger, mein Name ist Mayammer Ganna. Im Namen der Göttin Hylia sollst du die Prüfung meistern. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Ähm. Ach nee, warte mal. Ich krieg was Neues. Hä? Was denn jetzt? Bewegen? Ah! Loll. Ich kann bewegen. Das ist ja mal geil. Loll, das habe ich jetzt nicht erwartet. Äh. Hoch, hoch, hoch. Ich will unbedingt die Truhe. Verdammt der Scheiße. So, einmal so. Einmal so. Ey, das ist aber nicht so toll, wie ich es wollte. Controller. Ich raste hier aus. Hä? Ich glaube, das liegt am Akku. Weil er noch nicht komplett voll aufgeladen ist. Geht das nicht so gut. Geil. Ich will unbedingt. Nein. Langsam. Irgendwas mache ich damit. Ach, die Truhe kann ich mich selber holen dann. Scheiße. Ich muss mich konzentrieren. Ich glaube, aber das schneide ich diesmal nicht raus. Was soll denn der Müll? Verdammte Kacke, Mann. Alter. Ich will doch die Scheiße nicht. Oh, Moment mal. Der Motor ist einfach so. Der Motor ist einfach falsch. Ja. Das hat sogar geklappt. Geil. Öh. Nein. Bist du doof? Machen wir so. Cool, ich habe es geschafft. Aber ich will da nochmal rein. Warte mal. Dämliche Scheiße. So müsste es gehen. Ja. So gehen wir gleich rüber. Und jetzt guckt euch das an. Jump. Yeah. Bam. Wir gehen da noch nicht rein. Wir holen uns definitiv die Giste da. Wir haben es definitiv geschafft. Ja. Hat auch ein bisschen lang gedauert hier. Drei bis vier Minuten, ey. Oh, verdammt. Verfickte Scheiße, ey. Wie soll ich denn da hinkommen jetzt? Da muss ich ja irgendwie... Hä? Hä? Geht doch gar nicht. Hä? 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 Ich will es zumindest, dass ich das so weiß. Ich will definitiv die Dreckskiste haben, ey. Wir gehen da nochmal hin. Ich glaube, ich fliege von da aus. Und dann müssen wir da irgendwie hinkommen. Nach meinen Berechnungen wird das definitiv nicht hinhauen. Das bedeutet, weil meine Berechnung immer falsch ist, haut das hin. Perfekt. Alles gut durchdacht. Jetzt geht's los. Hier. Hat geklappt. Meine Berechnung ging auf. Oh, zum Glück, ey. So, weiter geht's. Yay. So, was haben wir denn hier? Das hat sich ja total gelohnt. So, das hat sich gelohnt. Okay. Let's go. Tu se shit. Tralalala. Los, wir müssen das schaffen. Wenigstens haben wir mal wieder einen Tempel geschafft. Ich hoffe, ich kriege jetzt irgendwas Geiles. Kriegt man nicht immer zwei Kisten? Ne, leider nicht. Schade. Hallo. Oh, diesmal hat er ein Gesicht auf. Äh, eine Maske meint ich. Kein Gesicht. Ne, hatte der nicht eine Monde-Maske auf? Ich hab keine Ahnung. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia vielleicht dir ein Zeichen der Bewährung. Oder Heilia. Oder Heidi. Ich glaub Heidi. 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 So wird das ausgesprochen. 100 rum. Haben wir jetzt vier? Ja, ich will wissen, ob ich vier hab. Ich hab fünf. Perfekt. Okay, dann können wir jetzt irgendwo... Wo kann ich denn jetzt... Muss ich jetzt mal so eine Statue finden. Ah, schön. Erstmal die Statue suchen. Damit ich hier wieder ein bisschen Herzen dazubekommen. Oder Ausdauer. Ausdauer oder Herzen? Ein Herzen? Doch? Nee. Vielleicht zwei Herzen. Ich nehm 50 gerne. Geschafft. Dahinten ist der Vulkan. Alles ist geil. So, jetzt gucken wir erstmal, ob hier irgendwo... Irgendwo was ist. Lol. Ich glaub nicht, dass hier irgendwas Wichtiges sein soll. Das Wichtigste hab ich ja schon gemacht. Ich glaub, ich muss da oben rein. Ach nee, das ist die Nacht... Dings. Da ist auch noch ne Haus. Ne, müde. Wo ist denn jetzt hier ne Statue? Eigentlich müsste hier in jeder Stadt so ne scheiß Statue sein, oder nicht? Ich will so ne Kackstatue, ey. Warte, dat denn da oben? Da oben ist was. Da oben ist was. Guckt euch das an. Da leuchtet was. Huhu. Halt die Fresse. Was ist das denn? Was ist das? Ist das ein Herz? Oder ist es das, was ich brauch? Was ist das denn? Der Fackel. Hat geklappt. Rost. Alter, das ist ein Feuer. Muss ich jetzt hier alles anmachen, oder was? 100 pro muss ich hier alles anmachen. Erstmal gucken. Hab ich überhaupt ne Fackel? Ich hab gar keine Fackel. Verdammte Scheiße. Oh, okay. Alles klar, dann machen wir das so, ohne Fackel. Da hinten ist was. Nein! Oh, verdammte Scheiße, Mann. Ey, das ist ja geil. Da kann ich ja die Flamme einfach so mitnehmen. Okay, was? Also da ist was. Da oben ist einer. Haben wir das schon mal? Oh, es wird Tag. Geil. Mal gucken. Ey. Also da ist einer. Da oben. Ganz oben ist es glaube ich auch einer. Ja, da ist einer. Ja, geschafft. Geschafft. Alter, what the fuck? Wie viele sind denn das noch? Ich muss hier alle mit der blauen Flamme, ey. Oh, verdammte Scheiße. Da hinten ist einer. Ich gehe einfach den ganzen Weg nochmal lang. Da, 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 da. Und da beim letzten freue ich mich. Höh! Was? Och, ne. Wollen wir mal, was brauche ich denn noch? Ne Bocklanze, das müsste doch auch reichen, ey. Verdammte Scheiße, bin ich extra den ganzen Weg gemacht und dann, dann geht die kaputt. Los, weiter. Weiter. Gut. Jetzt muss ich irgendwie... Ach, da unten geht es auch noch lang. Och, du Scheiße. Wie viele gibt es denn da noch? Hä? Da. Verdammte Scheiße, Mann. Moment mal. Ich glaube, ich weiß was. Ich brauche eine Bocklanze. Ich habe die anderen Typen ja noch gar nicht getötet. Dann kann ich ja eigentlich... Mal gucken, was passiert. Ich muss ja hier alle hier beleuchten, ey. Da ist einer. Da hinten ist einer. Speichervorgang, okay. Ich brauche doch hier so einen scheiß Stein, äh, Statur, damit ich mich hier hochleveln kann oder so. Da ist einer. Sonst sehe ich hier keine. Das ist definitiv so ein Kreis. Okay. Ich glaube, die Bocklanze geht da auch gleich kaputt. Verdammt. Ich muss jetzt da hoch. Och, nee. Speichervorgang. Ich habe es gewusst. Verdammte Scheiße, Mann. Zumindest habe ich schon mal viele geschafft. Dann brauch ich da oben was und dann da. Ich gehe erstmal hier ein paar Bockis töten. Da war ein Pils, okay. Habt ihr hier? Super, ich facke ihn. Nee. Aber ich kann kochen, wenn ich Bock habe. Oh, wer ist das denn? Hallo, hallo, hallo. Oh, guten Morgen. Oh. Du bist nicht von hier, oder? Vielleicht kannst du mir helfen. Was ist denn? Siehst du die Zähne? Hoch oben auf der Bergkette? Mir ist ein altes Buch in die Hände gefallen. Und irgendwo zwischen den Seiten steckt ein kleiner Zettel. Wenn aus drei Zedern eine wird, stehst du richtig. Gehe auf das Meer zu und finde die Prüfung im Fels. Da stand auf den Zettel. Da muss ich... Ach, nee. Schüsse, Prüfung im Fels. Okay, aber ich habe kein Kind. Bla, bla, bla. Also überlasse ich den Schatztier. Such ihn und erzähl mir was davon. Ach, halt. Die Fresse mache ich nicht. Ist hier irgendwo eine Fackel? Nee. Komische Steine übereinander geklatscht. Habt ihr eine Fackel? Muss doch eine Fackel sein. Ist hier eine Fackel? Alter, was war das denn für ein hässlicher Typ? Kein Bock mehr. Gehe ich weiter. Also. Ja, was ist denn? Guten Morgen. Schönes Wetter, oder? Die hat mich verarscht. Die wollte wieder nur Geld von mir klauen. Laudidali da. Schnauze. Ja. Alter, was ist hier denn jetzt los? Warum wird es jetzt auf einmal so komisch? Hä, was ist denn jetzt los? Ey, gibt es Gewitter? Sieht aus wie Gewitterwolken. Ich will das nicht. Ich muss das drücken, verdammt nochmal. Erstmal das hier. So, wo sind hier die komischen Schweine, die ich vorhin gesehen habe? Sind bestimmt da unten oder so. Da sind sie. Los, einmal das hier und büfft. Ihr habt gar keine... Oh, verdammt nochmal. Ihr seid die... Alter. Arschloch. Halt die Fresse, habe ich gesagt. Das sind die falschen Lanzen. Oder? Bock-Glanze müsste doch eigentlich klappen. Probiere ich mal aus. Ich will... Ich glaube, Bock-Glanze müsste funktionieren. Weil ist ja Holz, brennt, wunderschön. Müsste doch klappen, ey. Ich hoffe es. Alter. Ich glaube, es sind nur noch zwei Schrei... Äh, zwei Fackel-Dinger, die ich da machen muss. Aber ich glaube, die gehen schneller kaputt oder so. Erstmal hier testen. Ne, teste ich lieber nicht. Speichervorgang. Halt die Fresse, Mann. Wo ist denn jetzt dieses Scheiß? Oh. Ey. Halt doch mal die Schnauze. Oh, hier sind wir doch so hässliche Kinder, Mann. Der hat was vor. Der will... Den, den... Nein, weg, weg. Der will was von mir. Hallo. Hey, hallo. Du kommst aus großen, weiten Welt, oder? Du kannst sicher mit Fallenbogen und Schwert umgehen. Klaro. Wahrscheinlich kommst du mit allen möglichen Waffen klar. Hilfst du mir dabei, mein Traum wahr zu werden? Mein Hofer ist ganz fasziniert von Waffen. Oh, leider hat er seine Sammlung nie verfolgt. Den können wir jetzt nicht mehr da. Bringst du die Waffen, die ich dir unternehme und zeigst sie mir. In Ordnung. Gut, so machen wir es. Riese... Äh, Reiseschwert. Reiseschwert. Hab ich gar nicht. Wo soll ich denn das hernehmen? Sehe ich so aus, als hätte ich... Ne, mach ich nicht. Mach ich nicht. Kein Bock. Keine Lust. Geht das überhaupt? Oh, das geht doch. Perfekt. Das geht. Oh, das geht. Perfekte Scheiße. Geil. Warte mal, war das hier jetzt der... Oder muss ich da... Oder gab es hier nicht mehr einen? Gab es hier noch einen? Hä, wo ist denn der nächste hier? Da muss es doch noch einer geben. Ah, da. Okay. Da holen wir uns erstmal unten die blaue Facke. Brennen. Können wir leider nicht, aber wir gehen dann da hoch. Und mal gucken. So, los, 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 los. Wir haben nicht viel Zeit, bevor die scheiß Bockland sich hier verbrennt. Geht das... Sind wir weiter runter? Ne. Das sieht fast so aus. Aber ich liebe diese blauen Flammen. Einfach nur geil. So, los. Los. Wir haben nur noch den und dann noch einen. Glaube ich. So, und jetzt da oben den. Oh. Ach, nee. Komm schon. Da ist auch eine, die da rumsitzt. La, la, la. Oh, sorry, ich wollte nur Hallo sagen. Der Wind fühlt sich gut an, aber nicht salzig genug. Hä, wie meinst du denn das? Oh, Entschuldigung. Wir kennen uns ja noch gar nicht. Ich dachte nur gerade eine Heimatdorf, Angelstedt. Ach, das Meer. In Athenu fühlt sich alles anders an. Aber immerhin hat die Stadt meinen Mann hervorgebracht. Ich bin glücklich an seiner Seite zu arbeiten. Angelstedt. Das ist ein kleiner, frischer Dorf. Ich heiße Ralea. Bin auch Angelstedt. Eigentlich müsste da Stadt stehen, oder nicht? Oh, ich bin hierhergezogen, als ich geheiratet habe. Ja, ich bin halbselig, halb über Heil. Äh, Hylia Brücke hergekommen. Bla, bla, bla. Halt die Fresse. Warte mal, wo wäre dann der Nächste? Ist das einer? Scheiße, das ist auch einer. Scheiße, da ist auch einer da. Wie viele gibt es denn von dem Scheißding und dann noch? Dann gehe ich da hinten vielleicht lang. Ich hoffe, mich reicht das. Weil ich weiß, dass da noch einer ist. Den da. Und dann noch einer ganz unten. Oh, die Stiere. Schaff es, bitte. Schaff es, bitte. Schaff es, bitte. So. Was haben wir dann noch? Wir haben eigentlich komplett... Was? Hä? Was? Wo ist denn der Nächste? Ja, habe ich einen vergessen, oder was? Warum regnet es? Ey, die Flammen gehen doch gleich wieder aus. Da kotze ich aber richtig ab, wenn das so ist. Ist hier oben noch was? Oh, Scheiße. Da ist noch einer. Aber da unten muss auch noch einer sein. Oder war das der den Schwunst? Nee, das war der nicht. Scheiße, weil es regnet, geht's nicht. Ich... Oh. Das ist ja perfekt. Perfekt fürs Outro. Recht ist der letzte Part. Und keine Idee des Social Dinger. Bla, bla, bla. LGPilo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.